Ich gebe es zu, so ehrlich bin ich, der Test wird mit Sicherheit relativ konfus wirken, weil er eben auch nicht allzu durchdacht ist. Aber ich glaube, aus dem Grund passt er sogar wirklich gut zu den HyperX Cloud Orbit, die übrigens, falls ihr es nicht wisst, auf den von mir schon getesteten Odyssey Mobius basieren, die eben genau diesen Eindruck bei mir damals hinterlassen haben. Das ganze Produkt wirkte relativ konfus, nicht wirklich durchdacht und ich wusste nicht, an wen es gerichtet ist. Bevor ich allerdings dazu komme, ist für mich der ganze überraschende Teil hier, dass, obwohl ich ja von den Odyssey Mobius schon nicht wirklich so überzeugt war, trotzdem gepumpt war auf den Test der HyperX Cloud Orbit. Nur um dann relativ schnell zu merken, was damals das Problem war. Denn mit einem Straßenpreis von 400 Euro waren die Odyssey Mobius gerade auch für Gamer abgezielt und dann mit Bluetooth, was ja nicht wirklich gut genug ist für Gamer, ein sehr, sehr fragenstellendes Produkt für mich. Hier ist jetzt Bluetooth weggefallen. Auch der Preis ist auf 280 Euro gefallen. Und vielleicht war das einer der Gründe, wieso ich dachte, okay, jetzt passt es. Aber nee, da passt leider einiges nicht. Gerade eben für die schon erwähnten 280 Euro. Und da fängt es schon eben mit der Kabelqualität an. Das USB-C zu USB-A Kabel, das drei Meter lang ist, wirkt für mich eher, als ob es für ein Keyboard gedacht ist. Viel zu steif, schwer und nicht wirklich flexibel genug für etwas, was ich mit einem Kopfhörer nutzen will. Auch das Klinkelkabel wirkt sehr, sehr billig. Und das USB-C Kabel ist wahrscheinlich das komischste, denn das sieht aus wie ein herkömmliches USB-C Handyladekabel. Deswegen kann ich es auch nicht wirklich von all denen unterscheiden, kann es euch auch nicht zeigen. Was ich euch zeigen kann, ist das Mikro, das Abnehmbare, das ist auch soweit so gut. Muss ich auch schon sagen, geht die ganze Sache bei der Verarbeitung weiter. Und das habe ich damals schon bei den Odyssey Mobis gesagt. Und wenn hier immerhin noch Odyssey steht, auch wenn es ein Rebranded HyperX ist, muss ich das einfach auch hier wieder so erwähnen. Das Scharnier quietscht und macht einfach viel zu viele Geräusche. Für 280 Euro muss das besser gehen. Wir haben ja zwar eine Top-Polsterung, auf den ersten Blick wirkt es auch, auch wenn es aus Plastik ist, relativ robust. Aber es wirkt halt auch nicht wirklich hochwertig, was ich bei dem Preis schon erwarten würde. Ansonsten ist die Rasterung ganz gut. Was mir auch ganz gut gefällt, ist, dass man eben die Ohrmuscheln drehen kann und eben so anbringen kann. Das ist alles okay. Aber dann geht es eben auch schon weiter mit einer Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Das ist das Vorhandensein eines Klinkenanschlusses, aber nicht der Möglichkeit, dieses Headset dann auch passiv zu nutzen. Darauf komme ich allerdings später noch. Müsst ihr es eben einschalten. Das mache ich jetzt gerade mal. Dann habt ihr eben eine Lautstärke-Regelung, auch eine Regelung fürs Mikro. Das ist ganz gut. Allerdings ist die Sache auch relativ kompliziert gehalten, indem ihr die Taste drücken könnt und danach oben und unten eben setzen könnt, um verschiedene Presets für die Klanginstellung zu nutzen. Und das Ganze ist eben nicht ganz so wirklich intuitiv. Die meisten Leute werden es, das weiß ich allerdings wahrscheinlich, oder gehe ich mal davon aus, weil es einfach so gedacht sein muss, eben vielleicht an einer Switch nutzen oder an irgendeiner Konsole oder an einem Laptop, der USB-C nutzt. Und dann ist es vielleicht okay, gerade für die Leute, die eben kein Gaming-Deck oder Sonstiges haben. Hier dann Mikrofoneingang, 3D-Taster, den ich auch nicht wirklich ganz allzu sehr nachvollziehen kann. Dazu komme ich später noch. Und dann eben noch den Mikro-Switch. Gucken wir uns jetzt mal an, wie es um den Komfort steht. Und da muss ich sagen, die Muscheln, das seht ihr hier vielleicht schon, sind sogar relativ groß, auch relativ dick. Aber aus irgendeinem Grund, und das konnte ich damals schon bei den Mobius nicht ganz nachvollziehen, ist der Komfort nicht wirklich auf Dauer gut genug. Und ich muss sagen, mir kommt die hier ein bisschen besser vor, aber das Ganze wirkt immer noch komisch. Die Polsterung hier oben ist super weich, davon merkt ihr nichts. Merkt ihr allerdings relativ stark die Außenseiten der Ohrpolster und spürt diese auch. Und obwohl die Ausschnitte eigentlich groß genug sind, gerade bei meinem rechten teilweise ein bisschen sensibleren Ohr, liegt es ein bisschen an. Also deswegen kann man das Headset, allein schon auch vom Gewicht und von dieser Knarzbarkeit, sage ich jetzt einfach mal, die ihr auf dem Kopf ständig bei Bewegungen hört, nicht wirklich vergessen. Ich würde sogar sagen, es ist auf Dauer ein bisschen nervend, weil es irgendwie an komischen Stellen ein bisschen merkwürdig drückt. Ich muss allerdings auch sagen, ich bin da ein bisschen übersensibel und es wird für die meisten kein Problem sein, aber ich kann einfach nur so viel sagen, ich werde mit dem auf Dauer einfach nicht warm. Ich habe es am ersten Tag ein, zwei Stunden genutzt und dachte, das ist sogar ganz gut. Aber wenn ich dann eben vor dem PC sitze und dann spiele, dann hat es mich immer wieder abgelenkt. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach in Gaming-Headset absolut nicht machen sollte. Ich will mich nicht auf das konzentrieren. Das ist einfach eine Sache, die da sein soll. Aber ich will es nicht wirklich merken. Ansonsten, die Isolierung ist auf einem leicht überdurchschnittlichen Niveau, denn ich höre mich deutlich dumpf, allerdings immer noch relativ klar, werden gerade trieferere Lüftergeräusche, Brummgeräusche relativ gut ausgefiltert. Das haben sie ganz gut gemacht. Was sie aber jetzt eben nicht gut gemacht haben, ist die ganze Befeuerung der Sache. Denn warum habe ich die Möglichkeit einer Klinke, um dieses dann eben aktiv nutzen zu müssen? Das heißt, ihr müsst es auch immer geladen haben. Problem allerdings in meinem Fall ist auch, wenn ich es Klinkenbetrieben nutze, weil eben auch aktiv, habe ich so eine ganz, ganz leichte Brummschleife, wenn ich den Ton höre, aber auch ein relativ starkes Grundrauschen, einfach aufgrund des aktiven Verstärkens hier. Das wird eben auch über USB hörbar, ist eben in meinem Fall über Klinke nochmal ein bisschen lauter. Und das finde ich so ein bisschen komisch. Vor allem da eben ich auch über Klinke sehr, sehr viel Power haben muss, damit ich ausreichend Lautstärke bekomme, die ich allerdings, und das muss ich zugeben, sogar über USB-C bekomme. Also gerade so. Ich höre allerdings auch lauter, gebe ich zu. Aber Reserven habe ich jetzt nicht wirklich. Aber da sage ich eigentlich erstmal nichts dazu. Ansonsten die ganzen Klangprofile. Wenn wir uns mal kurz die Software ansehen. Hier habt ihr jetzt eben eine wirklich unaussagekräftige Software, denn ihr könnt hier 3D ein- und ausschalten. Im Falle der Orbit S, die ich allerdings jetzt nicht habe, könntet ihr auch eben das Headtracking aktivieren. Hier habt ihr die Soundprofile, die ihr allerdings über das Headset selbst steuern könnt. Ihr könnt hier aber keine eigenen Equalizer einstellen. Also ihr könnt nur durch die verschiedenen durchschalten, aber keinen eigenen Einsätzen. Und ihr seht es auch hier updaten könnt ihr, was ich gemacht habe. Aber wirklich nötig ist die App dadurch nicht. Also sie bringt nicht wirklich einen Mehrnutzen. Das ganze Surround-Feature, sage ich jetzt schon mal, ist nicht mein Ding. Es wirkt wie bei allen anderen 7.1-Systemen einfach sehr künstlich. Verbessert das Tracking oder so weiter, das Orten sowieso nicht. Und dazu könnten wir jetzt eigentlich schon kommen, machen es aber nicht, denn wir werfen kurz mal einen Blick auf das Mikro. So, und da hatte ich an meinem PC, das sage ich allerdings in der Demo schon, extreme Brummton-Probleme. Aber hört sich einfach mal an. So, kommen wir zu der Mikrofondemo. Und bevor ich frage, wieso ich ein weißes Kabel nutze, liegt ganz einfach daran, dass ich das Original nicht finde. Aber ich muss es sowieso hier am iPad Pro aufnehmen. Denn an meinem PC mit verschiedenen USB-Kabeln, mit verschiedenen USB-Ports, selbst mit der Nutzung von Klinker und dem Gaming-Deck, kriege ich eine unüberhörbare, wirklich nervende Brummschleife, die ist absolut unbrauchbar, macht nicht weg. Die muss allerdings irgendwie seitens meiner sein, denn auch mit dem Odyssey Mobius hatte ich das Problem schon. Allerdings haben das andere Tester nicht. In anderen Mikro-Demos habe ich es nicht hören können. Muss ich das jetzt auch, wenn es mir ein bisschen schwerfällt, einfach ausklammern. Dann allerdings immer noch sagen, dass das Mikro für das Gelte des Headsets nicht ausreichend überzeugend ist. Denn es ist einfach zu sensibel auf Flusionsgeräusche, was ich euch jetzt mal demonstrieren werde. Peter Panik, Pump, Power. Auch ein bisschen weiter weg. Peter Panik, Pump, Power. Genau so hört man tendenziell eben auch, selbst wenn weiter weg, immer noch die Atemgeräusche sehr stark. Dann ist es mir auch egal, wie gut oder eben nicht so besonders die Isolierung eines Keyboards wäre. Denn alles in allem ist es einfach auch klanglich nicht wirklich überzeugend genug. Es ist relativ leise. Also ich werde jetzt in der Demo das im Video stark boosten müssten und dann hört man es eben. Es klingt immer noch sehr, sehr kühl, sehr, sehr blechern, sehr, sehr dünn. Und für ein Mikro, dieser Preisklasse ist eben nur ausreichend, eben nicht ausreichend genug. So, Mikro habt ihr gehört und ja, was soll ich dazu sagen? Für das Geld muss mehr gehen. Wieso ich dann die Brummschleife habe, verstehe ich auch nicht. Aber qualitativ erwarte ich ja einfach mehr. Und das auch beim Klang. Nein, nee, da muss ich zugeben. Das ist mit Absintheit der stärkste Part hier. Denn auch wenn ich erwähnen müsste, dass es nicht auf dem Level ist, was ich gamingtechnisch bei dem Preis erwarten wollen würde. Denn es ist für Musik wirklich ausgezeichnet. Wir haben einen super Bass und da merkt man eben die planaren Treiber. Wir haben einen sehr, sehr schönen Tiefgang. Wir haben einen sehr, sehr schönen Tiefgang. Auch gut irgendwie gestaffelt. Auch die Mitten und die Höhen überzeugen hier. Und deswegen hacken wir das Thema Musik mal kurz ab. Der ist für mich eher als wirklich guter Musik-Kopfhörer geeignet, eher als als Gaming-Headset. Denn im Gaming-Bereich, bei dem Preis, bietet er mir nicht diesen Mehrwert, den ich erwarten würde. Denn die Ortung, das Imaging und die Klangbühne sind auf einem sehr, sehr guten Level. Aber nicht auf einem, sagen wir mal, knapp 300-Euro-Level, wenn es jetzt nur um das geht. Denn wenn ich einen super Rounder will, der eben sehr gut für Musik ist und sehr gut für Spiele, dann ist das wahrscheinlich eine der ersten Optionen. Wenn ich allerdings eben schon gerade ein Headset speziell kaufe fürs Gaming, dann erwarte ich, dass es gerade im Gaming-Bereich absolut excellt. Und das macht zum Beispiel ein Biodynamic 770 oder eben ein MMX 300 für einen ähnlichen Preis. Also ist mittlerweile günstiger, aber dort bekommt ihr halt diese absolut perfekte Soundbühne, wo ihr eben perfekt alles lokalisieren könnt, die Distanzen super abschätzen könnt, ob da was dazwischen ist, wo ihr merkt, ob ihr in einem offenen Raum seid, in einem geschlossenen, wo ihr einfach wirklich diese sehr, sehr natürliche Bühne habt, die ihr dann bei den 99ern nochmal ein bisschen besser habt oder auch bei den 880ern. Aber dort seid ihr Herr der Lage, dort seid ihr der Master, dort könnt ihr praktisch blind durch die Map laufen und alles einorten. Hier könnt ihr das alles auf einem sehr, sehr guten Niveau, aber halt eher nur qualitativ besser jetzt von den Details und von den Schritten, die ihr hört. Aber rein jetzt von der Soundbühne und vom Imaging, also das, worauf es ankommt, also die Ortbarkeit, ist hier nur auf einem sehr guten Level, aber nicht das, was man erwarten würde, denn es ist hauptsächlich auf gut der guten Klangqualität auf einem guten Level. Aber ich kann nicht wirklich mit dem hier besser tracken oder orten, als mit einem, sagen wir mal, 100, 150 Euro Headset. Details hört man eher raus, aber das Orten, das ist das, was mir ein bisschen fehlt. Ansonsten für Actionspiele auch wirklich sehr, sehr gut geeignet, denn wie gesagt, da passt alles, auch für Rennspiele und so weiter. Treibertechnisch, klangtechnisch wirklich sehr, sehr gut, aber ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen mehr vom Imaging und von der Soundbühne erwartet. Und Musik habe ich schon erwähnt, also er kann wirklich alles sehr, sehr gut und wenn ihr da eben wirklich gute Balance sucht, dann kann das schon das Richtige für euch sein. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal grob aus dem Kopf raus, die guten und die schlechten Dinge rauszupicken und da habe ich ein bisschen Probleme bei den guten, abgesehen von dem Klang. Klang, top. Verarbeitung, ich weiß nicht, Design, eigentlich ja, ich glaube, wir machen mit den schlechten Dingen weiter, denn die überwiegen einfach bei mir. Es ist für mich kein durchdachtes Produkt. Ich verstehe immer noch nicht ganz genau, was es versucht zu sein, denn als Gamer bin ich bereit, mir ein Gaming-Deck zu holen. Da brauche ich nicht unbedingt was gepowertes. Für die Leute, die es unterwegs, vielleicht an einem Laptop nutzen wollen oder mit einer Switch, ist es cool, wenn ihr es power betrieben habt, aber ich will die Option, es per Kabel zu nutzen, passiv, was ich nicht habe. Damals eben die ganze Bluetooth-Sache, die keinen Sinn ergeben hat, ist hier zumindest weg, das passt. Aber dann muss ich sagen, ich finde den Langzeitkomfort nicht so besonders. Das Mikrofon, habt ihr gehört, ist okay, ich sage mal ausreichend gut, aber für den Preis nicht, da ist ausreichend gut, eben nicht ausreichend genug. Imaging und Soundbühne, sage ich definitiv nicht, dass es ein Nachteil ist, aber es ist für mich preisbereinigt, eher so als sehr gut, aber eben nicht preisbereinigt, wenn man den Preis in Betrachtung zieht, dann eher als naja zu sehen, denn in der Preisklasse würde ich das mindestens auch erwarten und das bekomme ich teilweise irgendwo anders auch schon billiger, gerade wenn es ohne Mikro ist, wo man dann eben die externe Lösung sucht, jetzt per Labellier-Micro, oder USB-Mikrofon und so weiter, seid ihr mit dem DT77, also wenn ihr geschlossen wollt, einfach Lokalisations-Optbarkeits- bühnentechnisch besser aufgestellt und deswegen, mein Problem ist immer noch, also ich habe mich echt gefreut, dass ich den jetzt bekomme, dachte ich werde den auf Dauer echt viel nutzen, aber ich sehe mich das Ding auf Dauer einfach nicht wirklich groß nutzen, dafür ist mir der Komfort nicht gut genug, dafür ist mir der Klang bei Spielen nicht herausragend genug, wie schon gesagt, sehr gut, aber nicht herausragend genug und ich weiß nicht, das ist für mich irgendwie so dieses halbgare Produkt, das ich schon bei den Odyssey-Mobiles gesehen habe, es versucht irgendwie alles zu erreichen und schafft dann eben nichts super gut, es macht alles recht gut, bis sehr gut, aber nichts dem Preis entsprechend herausragend genug, hört sich jetzt komisch an und ich sehe eben dann zum Beispiel Tests, wo es als das beste Headset auserkoren wird und frage mich dann halt, wieso genau, es ist nicht die beste Ortbarkeit, es ist nicht die beste Bühne, es ist nicht der beste Komfort, es hat nicht das beste Mikro und so weiter und so fort und das dann für auch knapp 300 Euro, ich weiß nicht, also wie schon gesagt, wie es auch angefangen hat, endet das Video konfus und nicht durchdacht, anders kann ich das nicht in Worte fassen, was ich in Worte fassen kann, ist ein ne, froh, es ist ein Jahr, gibt keinen Sinn, da ich das Video nicht im neuen Jahr, also nicht im alten Jahr veröffentlichen werde, von daher sage ich einfach nur verwirrt, ciao.